In dieser kleinen Box stecken 300 Lumen. Es geht wieder mal um eine Taschenlampe, schön, dass ihr dabei seid. Und es ist wieder mal eine von Olight, und zwar die i5T EOS, wenn man sie so ausspricht. Das kleine Ding hat Zahlen und Schreiber 300 Lumen. Wir sehen sie noch einmal auf der Rückseite, im High-Modus hat sie 300 Lumen, geht dann runter auf 30 Lumen, wird von der Temperatur abhängen und hält ca. 2,5 Stunden. Olight ist da sehr, sehr gut, also ich glaube ihnen diese 2,5 Stunden auch. Ein Low-Modus gibt es auch mit 15 Lumen, dann hält sie 20 Stunden, das ist überhaupt der Wahnsinn. Sie wird angegeben mit 1,5 Meter sturzresistent und ist IPX8 wasserdicht. Ohne jetzt noch viele Worte zu verlieren, schauen wir einfach mal rein. Hier hinten muss man nur anziehen, da kann man die kleine Kiste auch schon öffnen. Hier zieht man das Ganze raus. Ein bisschen Altpapier, aber wirklich nicht zu viel. Hier ist die Lampe, diese Farbe ist ja richtig schön. Also die Farbe ist der Hammer. In die Lampe gehört eine ganz normale Doppel-A-Batterie rein. Man könnte auch Doppel-A-Akkus reingeben, man muss sie aber immer zum Laden aus der Lampe rausnehmen. Das kann man jetzt als Vor- oder Nachteil sehen, dass diese Lampe keinen Akku hat. Auf jeden Fall wird sie mit einer Batterie betrieben. Man hat keine Möglichkeit, wenn jetzt ein Akku drinnen wäre, den Akku eben von außen zu laden. Die Lampe wird hier hinten natürlich mit dem Knopf eingeschalten. Wenn ich jetzt einfach plump drücke, dann kommt es direkt in den niedrigen Modus. Wenn ich gleich darauf noch einmal drücke, komme ich gleich in den hellen Modus. Aber wenn ich nur leicht drücke, nicht bis zum Klick, ist auch der niedrige. Noch einmal, dann baut sich wieder die helle Stufe auf. In einem voll ausgeleuchteten Raum ist es natürlich schwer herzuzeigen, wie hell diese Lampe eigentlich ist. Darum, die Lichter sind aus. Das ist jetzt die niedrige Stufe. Jetzt schalte ich hoch auf die helle. Und das ist tatsächlich für so eine kleine Lampe echt verdammt viel Licht. Viel mehr gibt es diese kleine Lampe eigentlich nicht mehr. Sie sieht hammer aus. Mit dieser Feder kann man sie natürlich auch in der Hose, am Gürtel befestigen, wo auch immer. Sie ist schön hell, hat eben eine Batterie. Das hat den Vorteil natürlich, aufmachen, neue Batterie rein, zack und schon kann man weiterleuchten. Ich würde sagen, eine Top-Lampe für die Größe, viel Licht, was will man mehr? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!